Lasse die Brust einsinken und richte den Rücken auf. Hallo, ich bin ja David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Und in diesem Video sprechen wir über die Nummer 2 der 10 wesentlichen Punkte zu der Theorie von Tai Chi. Das sind 10 Ideen, Gedanken, Punkte halt eben von Meister Yang Chen Fu. Der ist leider schon gestorben, hat im letzten Jahrhundert gelebt und hat diese 10 Punkte diktiert. Und in vielen Texten und Büchern werden diese Punkte als Grundlage für eine Theorie zu Tai Chi genommen. Schau dir auf jeden Fall das erste Video dieser kleinen Reihe an, in dem ich den Text allgemein nochmal so ein bisschen erläutere, wie man den einordnen muss. Das ist wirklich sehr wichtig. Zurück zu Nummer 2. Lass die Brust leicht einsinken und richte den Rücken auf. Was bedeutet das eigentlich? Die Brust einsinken lassen bedeutet, dass die Brust ein wenig mehr ein bisschen zurückgezogen wird. Wir sollten versuchen, so eine Steifheit in dieser Brust zu vermeiden. Aber wie schaffen wir das jetzt? Wir lösen das Brustbein und nehmen damit die Spannung aus der Brust heraus. Durch das Lösen sinkt das Brustbein dann ganz natürlich nach unten. Machen wir dazu mal so einen kleinen Test. Strecke mal das Brustbein ganz bewusst raus, so wie beim Bund. Ja, und das ist wirklich ganz feste. Und dann lass die Spannung mal raus. Und dann siehst du den Unterschied von Anspannung zu Entspannung. Den hast du jetzt gespürt. Das Brustbein sinkt. Die Spannung geht zurück. Und genau darum geht es. Jetzt ist der Weg von bewusster Anspannung zu Entspannung, den wir jetzt im Test gegangen sind, sind natürlich ungleich leichter als zum Beispiel das Lösen aus deiner Alltagshaltung heraus in einen entspannten Modus. Das ist wirklich schon herausfordernder. Warum? Nur weil diese Verspannungen, die du da hast im Brustbein, meist unbewusst sind. Und du kannst die somit gar nicht direkt ansteuern und lösen. Aber mit zunehmendem Training, zum Beispiel der stehenden Säule, kannst du auch diese Verspannungen erkennen und damit dann auch auflösen. Aber das braucht ein bisschen. Der zweite Teil dieses Prinzips befasst sich mit dem Rücken. Den sollen wir aufrichten. Und hier erkennen wir zunächst mal ein Yin-Yang-Prinzip. Die Vorderseite sinkt und die Rückseite steigt auf. Den Körper in Yin-Yang-Bereiche zu unterteilen, ist sehr entscheidend für Tai Chi. Wenn alles im Körper wie das Brustbein sinkt, dann ist unsere Haltung insgesamt lasch. Wenn alles nach oben strebt, dann sind wir total verspannt. Den Ausgleich von Yin und Yang im Körper herzustellen, ist eine ganz, ganz wesentliche Übung des Tai Chi. Und die kannst du hier mit diesem Prinzip sehr gut trainieren. Schreibe gerne in die Kommentare, ob dir dieses Bild hilft, ob du dadurch, wenn du mit diesem Bild übst, die Form läuft oder die stehende Säule übst, sich etwas verändert hat und was sich verändert hat.